Und wir glauben fest daran, dass nicht jedes Stück so klingen soll, wie das vorhergehende. Und aus diesem Grund präsentieren wir euch ein Ur-Dom. Das ist die Hälfte von einem Duo, für die, die Lateinisch können. Und das Ur-Dom stellt sich zusammen aus Cati und Kern. Sie wird eine Eigenkomposition spielen und singen und ich rate Ihnen, auf die Gitarre zu achten bei diesem Stück. Free my mind. Das ist die Hälfte von mir. Bedeutung. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Aplausos Applaus 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 Applaus